so neue shop mit einem special bundle im grunde genommen von dem youtuber lachlan heißt er glaube ich ja 2200 wie bugs für das gesamte bundle hier zum einen wir sehen könnt der skin hier sieht ganz nice aus eigentlich dann haben wir das power pack noch nicht schlecht aus wahrscheinlich kommt jetzt news rein danke ist nicht schlecht und dann die power slicers um also alles so ein bisschen auf elektro und bisschen superhelden mäßig aufgebaut das ganze 2200 wie bugs das spart euch ein paar im gegensatz zu dem wenn ihr euch das alles einzeln kaufen würdet hier gibt es nämlich noch mal alles einzeln im set wobei der hier natürlich mit seinem back bling kommt ist ja klar und der hat hat er in alles in reactive okay back bling reacts to elements okay okay ich dachte noch einen zweiten start aber ziemlich nice auf jeden fall und das auf jeden fall drinnen und dann haben wir mega team leader drin ihr habt schon gerade gesehen mit den combo cleavers 31 tage her kommt natürlich hier auch mit dem rap dazu und dann haben wir den noch mal zwei verschiedene varianten 31 tage her wie gesagt und dass der zuletzt drin war dann geht es weiter mit rex 2000 wie bugs 45 tage dass wir das dino pack zuletzt drin hatten das dino guard set mit tricerops noch und dem head schling auf dem rücken auch 2000 dann den rep dazu den rep dazu und leider kein gleiter weiter geht's mit scully die kommt rein die hat auch normalerweise zwei varianten die könnt ihr hier leider nicht sehen weil er das nicht möchte kennt das ganze und ich schaue mal kurz nach die haben wir zuletzt drin vor 54 tagen dann jungles scout ist drin 800 wie bugs 104 tage her ich glaube selten ist das item heute dann haben wir gold digger wieder drin auch einer der leisesten pickaxe ist aber ja vom sound her auch ganz nice aber muss man halt mögen irgendwie vom aussehen her ist immer so eine sache 46 tage her dann gold stances drinnen 64 tage her wir haben windmill fluss drin für 578 tage her dann haben wir noch cap kick 264 tage her der hier nicht funktioniert hat und auf der seite hier sehen wir noch die ganzen skins von marvel die immer noch drin sind wo ihr euch dann zum einen sets oder auch einzelne skins kaufen könnt oder einzelne e-mails oder whatever also es auf jeden fall ein riesen set highlight geht auf jeden fall raus an das neue bundle muss man sagen an den neuen skin ob man den jetzt mag als youtuber oder nicht ist so dahingestellt aber das skin ob man den damit zu porten möchte ist eine andere sache vielleicht mag man den skin ja oder halt auch die e-mails passend dazu cooles bundle auf jeden fall 2200 wie bugs für ein paar sachen die dazugehören gleiter fehlt mir irgendwie muss ich sagen ist ein bisschen schade dass keiner dabei ist hätte man irgendwas cooles daraus machen können mit den blitzen vor allem aber ja was wir machen supporten können mich auf jeden fall mit dem creator code wenn snipes freue ich mich immer drüber like uns habe auch und schaut auf jeden fall bei mir über twitch vorbei da bin ich jeden tag live so ab circa 16 uhr würde mich freuen und da würde ich sagen hören wir uns morgen wieder also bis dahin tschau tschau